Christian Möckel, herzlich willkommen beim Cashpoint SC Alltag. Eben angekommen, so der erste Eindruck auch vom Stadion, von den Menschen hier in Vorarlberg auch? Ja, der erste Eindruck sehr positiv. Das Stadion ist mir schon bekannt, habe jetzt von das neue Gebäude schon mal inspizieren dürfen. Also toll, was hier entstanden ist und ich freue mich sehr darauf. Ihre neue Aufgabe, was wird als erstes auf Sie zukommen? Was sind so die ersten Erwartungen auch von Ihrer Seite? Gut, natürlich erstmal die Mannschaft, die Geschäftsstelle, das Trainerteam, erstmal alle persönlich kennenlernen, einen Überblick verschaffen und ja, dann möglichst schnell ein gutes Klima schaffen, dass wir erfolgreich sein können. Erfolg, ein wichtiges Stichwort auch. Für was steht Christian Möckel? Für was für Fußball steht er? Ja, wie soll das Ganze vonstatten gehen? Gut, ich bin nicht umsonst beim SC Alltag gelandet, weil die Philosophie, das Denken ja auch in gewisser Weise die Demut mir sehr gut gefallen hat, wie man an diese Aufgabe herangeht. Das sind Teile, die sich sehr mit meinen decken und deswegen ja, wir wollen gucken. Ich stehe, ja, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, viel Scouting, viel Spielertransfers, gute Mannschaften zusammengestellt, auch enge Zusammenarbeit mit dem Trainer. Das sind alles Themen, die wir in der nächsten Woche angehen und die sicherlich auch spannend werden. Die ersten Punkte hat es ja schon gegeben. Sydney Sem ist auch dank ihrer Kontakte zum SC Alltag gewechselt. Ja, was dürfen sich die Fans auch erwarten für die Zukunft? Gut, ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber es ist natürlich immer, ja, die oberste Priorität, eine Top-Mannschaft auf den Rasen zu bringen. Da muss ich mir jetzt einen Überblick verschaffen, natürlich auch mit dem Trainer und dann müssen wir gucken, ja, wer den Weg in Zukunft mit uns geht oder wer eben nicht und dann werden wir entscheiden, wie wir das korrigieren können. Ganz allgemein noch der erste Eindruck auch von der Mannschaft. Ich denke, Sie haben sicher schon einige Videos auch gesehen. Ja, natürlich habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Ja, der Tabellenplatz im Moment ist natürlich nicht das, was jeder hier im Vorarlberg oder speziell in Alltag auch möchte, aber geschuldet auch von vielen Verletzungen. Das wissen wir. Wir müssen versuchen, da wieder in die Spur zu kommen, ganz klar. Der Erfolg steht an erster Stelle, aber das schaffen wir eben nur gemeinsam und wir versuchen alle mit ins Boot zu nehmen, genauso wie die Fans und hoffentlich auf eine positive Zukunft.